Folgen Sie dem Rhythmus der Stuttgarter Stadtbezirke. Leben und Einkaufen in den Stuttgarter Stadtbezirken ist nah, gut und ganz persönlich. So nah, so gut. Einkaufen in Ihrem Stadtbezirk. Denn das Gute liegt so nah. Kommen Sie am 24. April zum verkaufsoffenen Samstag nach Wangen oder besuchen Sie immer mittwochs unseren Wochenmarkt bei der Alten Kelta. Im Rahmen des Europa-Projektes Interreg 4B Mendy werden sowohl der Einzelhandel als auch das Handwerk in Ihren Projekten unterstützt.